Musik 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 Ich würde sagen in der Lounge neben dem Garderobe. Es gibt so ein Sofa und Tisch und wir können dort zusammenchillen. Nach dem Morgentraining gehen wir auch meistens hoch zum Billardraum und dann müssen wir ein Billard spielen oder im Töckchenkasten auch noch zum Spielen. Da kann man auch irgendetwas trinken, ein Kaffee, eine Milch, was du willst. Musik Musik Es ist wahrscheinlich das schönste, das ich bis jetzt hatte. Es ist super auch für uns Trainer. Wir haben alles hier, ein super Garderobe, ein super Trainerbüro, coole Büros auch. Es ist so wie ein Sonnenlichtverein, nicht nur hier im Keller, sondern wir bieten alles, was man haben kann. Musik 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 Es ist jetzt so ein Räumchen mit so Schlafboxen hier drin und wir können dort ein paar Nap machen, ein bisschen erholen. Und wir haben ja auch Physio und Arzt zu tun. Wir haben schon genug Sachen dafür erholen. Es ist eigentlich wie das zweite Zuhause. Wir sind eigentlich da den ganzen Tag, von morgen bis am Abend. Und zu Hause schlafst du eigentlich nur noch. Da machst du alles sonst. Musik 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 OEM heißt On Your Marks. Auf die Plätze, fertig, los. Musik 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 Musik